Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Chubby Bunny Challenge. Mit Marshmallows wieder in den Mund rein stopfen und Chubby Bunny heißt es, gell? Chubby Bunny sagen, ja. Einmal hat man es schon gemacht, ist aber schon ein Jahr her oder so. Bei Family Fun haben wir es gemacht, zweimal glaube ich. Jetzt machen wir es nochmal, weil Lea hat heute Marshmallows gekauft und haben uns gedacht, das wäre jetzt mal eine gute Idee. Also, unser Video liken, abonnieren und Glocke aktivieren und wir legen los. Wer fängt an? Papa. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nicht kauen, gell? Nicht kauen. Nicht kauen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sehr schönvoll. Chubby Bunny. Hey, ich bin doch ein Chubby Bunny. Also, Chubby Bunny hab ich schon. Chubby Bunny. Oh Gott nein. Übrigens, mir lebt Iris in halb so groß. Ja. Ja, ich bin doch. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, meine Kamera. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich bin doch nicht. Chubby Bunny. Ich bin doch nicht. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wie? Was ist es so schön? Ich bin doch. Oh, ich koste nicht. Hab die Lange. Ach, der wollte meine ausgespuckten Däher haben. Warte mal, warte mal, schaffst du noch? Wer ist der Mann? Irgendwann kriegst du es, wenn es hinten an den Gaumen kommt. Komm, das berühmte Zäpfchen da hinten. Du hast auch nicht viel geschafft, gell? Drei, sechs, acht Stück hat Milet geschafft. Ich habe zwei, vier, sieben, zehn geschafft. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf, zehn und acht. Also ich denke mal, von der Größe her passt es. So meine Lieben, das war eine ganz kurze, knappe Chubby Bunny Challenge. Wir haben es nicht lange ausgehalten, können wir nichts dafür. Leider, ist so. Ich mache jetzt weiter. Milet macht jetzt mit den anderen weiter. Wir sagen Tschüss. Chubby Bunny. Und meine Lieben, vergiss nicht, morgen kommt unser Heiligabend, wie dir die große Bescherung dranbleiben. Chubby Bunny. Also, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mach mal nicht, komm. Chubby Bunny. Milet, mach noch weiter. Chubby Bunny. Das gibt Zugabe. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Schau mal in die Kamera. Also komm, schaffst du die letzten noch. Chubby Bunny. Schaffst du rein? Da ist noch ein kleiner. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh, oh, oh. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jetzt hat sie mehr geschafft als vorher. Come, den noch. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wir verlassen heute 10 ultimative Fansets meines Kanals. Bestehend aus jeweils einem Freundebuch, einer Bibi Bloxberg Hörspiel CD, der Affe ist los mit Mileys Titelsong, dann eine CD mit dem Pelikanlied. Und einmal eine Autogrammkarte. Die ist limitiert, die wurde auch für das Hörspiel CD damals gemacht, der Affe ist los und unsere normale Autogrammkarte mit allen unterschrieben. Da unterschreiben wir noch hinten drauf, ist noch leer. Also mit 4 Unterschriften und das Ganze 10 Mal, Mileys hat es gesagt. Was müsst ihr dafür tun? Müsst ihr eh schon alle kommentieren. Das war es eigentlich, ich will gewinnen, ich will 1 der Fanset oder ich will das 2. Dann müssen wir ja eh wohl teilnehmen. Wir losen das Ganze morgen Mittag aus und ich hoffe, dass auch viele ihren Preis dann abholen. Also bitte noch mal reinschauen in das Video. Dann gibt es noch einen kleinen Bonus zu Weihnachten. So und jetzt wünsche ich euch allen ein ganz schönes Weihnachtsfest dort draußen. Viel Liebe und jetzt schon einen guten Rutsch ins Neujahr. Genau. Und das kommt noch ein Silvester Video. Und das kommt noch ein Silvester Video. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.